. 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 Mensch, Martin, du mach doch mal leise, Alter. Scheiße. Wenn es nach, dann ist doch alles ein Cheat hier. Hier, du bist so gut, hier ist ein schöner Beutel. Wir machen mal so ein Brötchen mit dem Lütt hier. Mensch, das Kinder, du mach doch mal ein bisschen leiser. So ein schöner Cappuccino. Alter, das heißt... Ja! Ich hab die Flaschen hier. Da ist auch noch eins drin, oder was? Der Petit aufs Anleiter und ich war verrückt. Ein Pieperhahn. Das kann man gar nicht essen. Das macht man nur über den Pollermatz. Jetzt weiß ich ja Bescheid. So, jetzt weiß ich ja Bescheid, was man da macht bei dem Cheat. Reihung!